Wagephase Es ist September Die Ernte ist vorüber. Noch einmal dürfen wir die Leichtigkeit des ausklingenden Sommers feiern. Die Natur zeigt sich von einer ihrer schönsten Seiten. Es ist Herbstanfang. Von nun an werden die Tage wieder kürzer. Stell dir vor, ein prächtiger Baum im goldenen Blätterkleid zu sein, das sich langsam rötlich verfärbt. Du kleidest dich noch einmal in den prächtigsten Farben, erstrahlst im goldenen Sonnenlicht. Deine Schönheit ist weithin sichtbar. Menschen gehen spazieren und schauen dich an, suchen deine Nähe, heben deine Blätter auf. Sie suchen das Gleichgewicht, die Harmonie, die du verstrahlst. Spüre jetzt das Zentrum des Gleichgewichts in deinem Körper. Spüre die Harmonie in dir. Auch du hast ein natürliches Kleid, in dessen Glanz du erstrahlen kannst, deine Haut. Sie spiegelt zu jeder Zeit dein inneres Gleichgewicht wieder. Was spiegelt sie dir jetzt, in diesem Augenblick? Skorpionphase Es ist Oktober. Die Natur nimmt Abschied. Es liegt ein Fallen und ein Versinken in der Luft. Ein Sog nach unten, in die Tiefen der Erde. Du bist immer noch der prächtige Baum in seinem Blätterkleid, das nun merklich karger wird. Mit jedem Blatt, das von dir fällt, spürst du den Abschied, den Rückzug in dir. Du weißt, dass es Zeit ist, zur Ruhe zu kommen, loszulassen, um später wieder neu geboren zu werden. Doch wie jeder Abschied, so fällt auch dieser nicht leicht. Du siehst, wie dein einstmals schönes Blätterkleid auf dem Boden unter dir liegt und verrottet, sich langsam in Erde verwandelt. Um dich herum wandeln Menschen im Nebel. Sie besuchen ihre Ahnen an ihren Grabstätten und Gedenken der Verstorbenen und des Todes. Wie du, so spüren auch sie den Tod und das große Loslassen, den Prozess des Ausscheidens alter Schlacken. Besinne dich einen Augenblick auf deine Ausscheidungsorgane, auf die Teile deines Körpers, die dich von Altem und Verbrauchtem befreien. Schütze-Phase Es ist November. Dies ist die Phase der längsten Nächte. Die Natur liegt brach, die Erde bietet dem Auge nichts. Nun zieht es unseren Blick gen Himmel. Sieh dich als Baum mit kahlen, schwarzen Ästen, die in den blauen Himmel ragen. Am Tag bilden sie einen wunderschönen Kontrast zum Himmel. In der Nacht verschmelzen sie mit seinem Schwarz zu einer Einheit. Zwischen deinen Ästen siehst du nun, da sie ihres Blattwerks ledig sind, die Sterne blinken. Sie verleihen dir Hoffnung und Zuversicht. Auch die Menschen entzünden Lichter in ihren Häusern und ihren Herzen. Es ist Advent. Mit großen Schritten streben auch sie zum Himmel, zum Himmlischen, zum Göttlichen. Spüre nun die Kraft in deinem Körper, die dich voranträgt, die es auch dir ermöglicht, nach oben zu streben. Spüre die Kraft in deinen Beinen und Oberschenkeln, die dich dorthin tragen, wo du es wünschst. Sprech in deinen Beinen und Oberschenkel, die die Kraft in den Beinen Sauerkung. Sprech in deinen Beinen, und auch die die Kraft in deinen Beinen. Hier ist es ein bisschen wie ein Gehentrum,